Heute war ich mal wieder richtig motiviert zu malen und deswegen habe ich erstmal so ein Stück Leinwand genommen und das alles grundiert mit so einem Rot-Rosé, weil ich finde das sehr schön, diese Farbe. Und dann habe ich das alles ein bisschen abgeklebt, also einfach so ein paar Streifen mit Klebeband und dann bin ich mit dem Gelb in diese Kanten so ein bisschen reingegangen und habe da so ein bisschen alles verteilt. Das dann so ist, dann habe ich das alles wieder abgemacht und dann ging es auch schon los. Dann habe ich mit verschiedenen Farben erstmal solche Stänge gemacht, also mit so blauen und grünen Farben und dann habe ich Pinsel genommen und die so eingetunkt, immer vorne nur mit den Farben und habe das so raufgetupft, weil so erzeugt man dann so eine Art Blümchenmuster. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann habe ich das alles mit Gold noch ein bisschen gehighlighted. Genau, und das ist das super tolle Endergebnis. Es ist wirklich ziemlich easy gewesen. Macht das mal nach, weil ich finde das Bock ziemlich doll. Danke, ciao.